willkommen zurück im neta wir versuchen das portal zu erreichen über eine sehr unsichere brücke wenn das vieh da ist ey das ist mir echt zu unsicher weil ich überleg gerade ob ich nicht oh shit das kommt näher ok ich glaube ich geht es doch erstmal so rüber das scheint gefangen zu sein da oben oder auch nicht ich würde mir den gern eigentlich holen ey wenn es irgendwie möglich wäre das vieh verfolgt mich oder die sie doch aber echt null anders aus ok macht nichts die hören sich bloß anders an das ist ja ein bisschen doof ok weg ist er auf jeden fall haben wir hier sehr viel schwarz stein goldener ohrring ich hätte jetzt gerne so ein normales schweinivier als vergleich deutsch die 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 der rüstung ist ein bisschen zerflattert von den normalen okay doch das sind quasi die zombie variante von denen darstellen damit komme ich doch nie klar so hier könnten wir uns runter bauen vielleicht ist es ist okay wir müssen weiter unter so 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 das ist meiner meinung nach im portal aber ich frage mich was das da ist ich will es auch nicht unbedingt abbauen weil es irgendwie zum bauwerk gehört so 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 und ein bisschen kurz also das ist jetzt bei dem texturenpark echt fies gemacht dass man die beiden mob arten echt kaum unterscheiden können ich frage mich gerade ob der zombieschwein jetzt weiter unter der lava langläuft oder so 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 und dann kann ich jetzt hier rüber latschen Dann holen wir noch das Quartz So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Okay, jetzt sind wir ja doch irgendwie hier drüben, aber kommen nicht runter. Aber so wie es aussieht, kommt da jetzt eh kein anderes Biom, das wollte ich nämlich eigentlich gucken. Und das wäre natürlich ein gutes Gebiet, um Schwarzstein noch abzuarbeiten. Oder abzubauen, abzuarbeiten. So, Basalt können wir das Deck zumindest noch voll machen. Scheint aber relativ nicht so durchfrabil zu sein, das heißt, wenn so ein Creeper da explodiert, geht es relativ fix futsch. Okay. 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 So, zack, zack, zack. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich Schwarzstein tatsächlich dann nehme, oder nicht doch vielleicht das Besold, das ist deswegen ein bisschen heller. Na jetzt, dann machen wir an dieser Stelle erstmal wieder Einfolgen, Poessienspitze, bedanke mich, bis denn eh.